Nur mal so aus reiner Neugier. Das war, glaube ich, gerade blödsinnig, was ich gemacht habe, ne? Ja, ich bin so doof. Ich hätte erst... Ja, ist egal. Jetzt habe ich es gemacht. Man lernt raus. So, nur mal so aus reiner Neugier. Ich weiß, die sind da. Ja, da sind sie. Hey, moin. Hey, ihr da. Ja, moin. Ja, komm mal her. Komm mal her. Ja, kommt. Ja. Komm. Na, komm. Die sind so ein bisschen durchsinnig. Ne, bist du noch? Ne. Alles klar, ist tot. Diesmal waren wir vorbereitet. Diesmal waren wir vorbereitet. Und ich glaube, ich gehe diesmal nicht nach Muschiklaus. Ne, ich glaube diesmal nicht, obwohl in der Muschiklaus bisher halt war es. Oh, das war falsch. Da ist halt Loot. Das ist das... Ja, ich weiß ja nicht, ob ich das nochmal machen soll. Oder wir rennen durch. Das war auch ne Variante. Ach, ich guck mal. Wir gucken mal, wir gucken mal. Das wird ja nicht der erste Gegner sein. Wir könnten es wenigstens mit Pfeilen ausprobieren, aber so viele Pfeile habe ich gar nicht. Was war es noch? Münzen. Da habe ich Münzen. Wo sind hier die Münzen? Da. Münzen. Und ne Uhr. Da. Entfernen. Alles klar. Ich... Ich... Spreng das in der Luft. Fertig. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein paar Knochenröstungen machen wir uns mal eben. Da, da. Dü, 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 dü. So, weil wir kriegen ja noch mehr Knochen. Ich spreng die Olle einfach in die Luft. Das ist die beste Variante. Ja, komm, jetzt geh weg mit deinen komischen Steinen. So. Dann probieren wir es nochmal. So, hier sind wir durch. Hier ist nichts. Außer viel Stoffe. Die hole ich mir auch. Stoff. Achso. Das war zu doof gezielt. Sehr schlau von mir. Ich weiß, Muschiklaus hat diese komische Dingsen. Na. Und jetzt diese Monsterhaut oder wie man das nennt. Aber ich bin sowieso so doof. Und ähm... Ja. Machen wir wieder Licht an? Ah, jetzt. Wahrscheinlich die Ecke, die mochte er nicht. Achso. Aber diesmal sind wir nicht Blut überströmt, ne? Also haben wir nichts falsch gemacht. Beim letzten Mal, wo wir... rein waren vorhin, in der letzten Folge. Da war ich ja Blut überströmt. Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, müsste ich zum Muschiklaus kommen bei irgendeinem Seil. Gut. Ähm. Ich gehe erstmal hier hin. Nimm aber natürlich wieder... die Axt. Ich gehe erstmal hier gucken, was war hier nochmal. Ach genau, hier ging es weiter zu anderen. Da will ich aber noch nicht hin. Wir müssen auch noch, ähm, ähm... das Lager finden, ne? Ja. Wo war das nochmal? War das hier? Da hatten wir den Spitzerkopf von Timmy gefunden. Also das... War das hier? Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, es war... Ja, es war hier. Genau. Hier war doch irgendwo... Jo. Der... Kopf. Und Koffer. Und Koffer. So. Koffer, Koffer, Koffer. Ich glaube, das war ein... Das haben wir schon. Wo war denn der... War der nicht hier? Nee, anscheinend nicht. Nö. Ich... Muss mich wohl korrigieren. Ich glaube, es war wohl doch nicht hier. Keine Ahnung, wie werden wir ihn wiederfinden. Na gut. Das werden wir wiederfinden. So, dann gehen wir mal. Das war anders. Denke ich jetzt hier längs. Egal. Und wenn wir ein Musikklass beim anderen Mal machen. Wir gehen jetzt hier längs. Hier war ja auch noch was. Da hinten waren welche. Und... Oder waren die hier? Ich weiß das jetzt gar nicht. Irgendwo waren noch welche. Nee, hier war das. Hier waren sie. Ja, ich höre sie schon. Kann ich zufällig? Ja, sehr gut. Dann wollen wir sie mal herzlich begrüßen, oder? Hallo. Na, bist du allein? Oder bist du mit deinem Kumpel? Ach komm. Sehr ruhig. Bist du allein, ne? Das ist aber schade. Ja, ich bin schon wieder blutüberströmt. Alles klar, ich bin blutüberströmt. Ich muss mal kurz mich waschen gehen. Bevor ich mir eine Infektion einfange. Vielleicht hätte ich den Typen mitnehmen sollen. Das zählt nicht zufällig als... Nee, warum auch? Äh... Okay, ich gehe zurück. Ach, ist das ätzend, wenn mein Blut überströmt ist. Ich glaube, das ist die falsche... Weg gewesen. Ups. Falsche Abkürzung. Bin ich gleich in die Arme gelaufen. Irgendwas hat mich gerade gejuckt. Ach Gott, ist das ein Weg. Da waren wir. Und da ist unser Teil. Das heißt, wir müssen... Hier längs. Um uns zu waschen. Ja. Da oben. So. Ist der Herr zufrieden? Jetzt ist er nicht mehr blutüberströmt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh... Wo ging's jetzt nochmal? Da. Hier war's. Und da muss ich gleich gucken, dass ich richtig abbiege und nicht in die Arme der... Du hast... Du hast fändesauberes Wasser. War das hier unten oder waren wir nach oben? Ich weiß es jetzt nicht. Werde ich gleich sehen. Dicht. Danke. Ich glaube, es war hier, ne? Es ist so verdammt nochmal echt dunkel. Ja, hier war das. Ne, weiß ich nicht. War das hier? Jetzt bin ich verwirrt. Wartet mal. Ich glaube, ich... Danke. Hier waren die... Anderen, oder? Muss ich mal eben gerade gucken. Ne, hier war das. Hier müssen wir hin. Hier waren wir. Hier, Mom, ist doch... Wenn sie... Ja, da liegt sie. Da liegt die andere Leiche. Denn, ähm... Haben wir noch... Wie viele Blätter haben wir? Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht locker. Wir kriegen langsam Durst. Was ist hier hinten? Mal so gucken. Geht's hier raus oder geht's hier weiter? Oder ist das in der Sackgasse? Da geht's weiter, aber das könnte ein Weg nach oben sein. So. Jetzt mal wieder zurück ans Feuer. Sechs. So, das haben wir noch. Das reicht. Und dann will ich da weiter. Also erst da gucken und dann da weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Ja. Dann liegt noch einer. Dankeschön. Mal eben schauen, wo geht's da hin? Bäh. Muss nur aufpassen. Wir sind... Necker. Da geht's hoch. Okay. Okay. Wo bin ich hier? Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Was zu essen, das ist gut. Was haben wir gefunden? Äh, alles klar. Alles... Ja, okay. Ja, ja, hab ich gelesen. Pack das weg. Hier scheint... ... nix zu sein. Ein Kompass. Ich hab'n Kompass gefunden. Wir haben die Karte. YOLO. Wir haben die Karte gefunden. Mit der kann man sich auch gut orientieren. Ich bin begeistert. Zu duft zum Köfferhauf machen. Oh. Entschuldigung. Das ist Dynamit. Haben wir grad... Ne, wir haben Haarspray gefunden. Ich bin begeistert. Was soll ich mit Haarspray? Was soll ich mit Haarspray? Hier ist... ... nichts. Hier bin ich sicher. Ach, dann bin ich ja beruhigt. Da geht's raus. Äh, was war das? Ich hab' keine Ahnung. Oh. Ne. Schade. Wir haben eine Karte gefunden. Das ist gut. Mit der komm' ich eh nicht zurecht. Eine Karte. Eine Karte. Das ist so schön. Die aktualisiert er aber, ne? Wenn ich die jetzt nicht benutze. Ich hoffe. Und wir haben den Kompass gefunden. So. Gut. Gut. Wir waren jetzt hier. Wir waren dort. Ein Schädel? Den brauch' ich nicht. Achso. Hier ist nur... ... nix Besonderes. Gut. Von wo kam' ich? Ich kam von da. Das heißt, da würde ich als nächstes gehen. Mal eben gucken, was hier ist. Hier ist safe. Was ist da? Na? Danke. Was ist hier? Was gibt es hier? Oh, ein Foto und ein Seil. Ja, YOLO. Ein... ... Foto, was ich nicht benutzen kann. Da ist, glaub' ich, die Yacht drauf. Na, jo. Toll. Ah, die aktualisiert sich. Das ist gut. Dann bin ich hier zufrieden. Kann ich mich noch mehr verlaufen. Ich bin... Okay.